Viele behaupten, die Polizei wäre korrupt. Aber nie gibt es Augenzeugen. Das sind Überwachungsbilder von der Asservatenkammer. Vor ein paar Minuten wurden 50 Kilo Heroin gestohlen. Puh, da wird heute Abend jemand schwer feiern. Geklaute Drogen, kriminelle Cops. Der Preis ist 5 Millionen. Nette runde Summe. Bist du dabei? Da fragt man sich, sind alle Cops so mies? Ich glaub nicht. Kommt ihr damit nicht klar? Sowas muss blitzschnell gehen. Ich bin Experte. Ein Wimpernschlag und der ist offen. Warum zeigst du es uns nicht? Passt auf. Manchmal sind die Dinge nicht wie sie scheinen. Ja, das ist er. Der billigste Wagen hier kostet 75.000 Dollar. Ich schlage vor, Sie kümmern sich um den Papierkram. Manchmal musst du undercover arbeiten. Sie waren bei der Dienstaufsicht. Wie wissen Sie bei so vielen Leuten um Sie herum, wem Sie trauen können? Ich hab ne Nase dafür. Die sind alle link. Helfen Sie mir es zu beweisen. Ich hab versprochen, meinen Brüdern beizustellen. Ich halte meine Versprechen. Manchmal musst du durch die tiefste Dunkelheit gehen. Um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich hab ne Nase. Untertitelung des ZDF, 2020